Hallo zusammen, heute stellen wir euch das Bloom Serum vor. Das ist das erste 100% natürliche Augenbrauen und Wimpern Serum, das es gibt und wir verkaufen es seit neuestem bei uns im Biomazing Shop. Und wie soll ich sagen, die Anna hat es natürlich schon verwendet. Ich noch nicht, weil ich bin der Schisshase in diesem Duo. Ich lese schon seit langem über Augen und Wimpern Serum nach und natürlich möchte auch ich schöne, lange, dichte, schmuckvolle, sexy Wimpern und Augenbrauen haben, aber ich habe einfach Angst, weil ich habe so viel von den Nebenwirkungen gelesen, dass ich mich bis jetzt einfach ehrlich gesagt noch nicht getraut habe. Aber die Anna hat es gemacht und sie lädt noch und ich dachte, ich stelle ihr einfach mal ein paar Fragen, vielleicht habt ihr die ja auch und wir werden dann sehen, ob wir alle gemeinsam das dann verwenden werden wollen oder nicht. Gut, starten wir. Okay, also meine erste Frage, die ich habe, ist, wirkt das und wie wirkt das? Also die erste Frage kann ich ganz einfach beantworten. Ja, es wirkt nicht nur an mir, ich habe es getestet, sondern auch an den Testpersonen. Das Produkt wurde auch klinisch getestet. Das heißt, die Wirkung, ja, ist bestätigt. Es wirkt aus einem Komplex von neun aktiven pflanzlichen Inhaltsstoffen. Das ist Aloe Vera, Rizinusöl, Huflattich-Schafgarbe, Kinschona-Suppi-Huber, die Rinde des Hickory-Baums, Wasserkresse, Indische Kresse und Coleus-Foxoli-Murziöl. Und diese neun wirken zusammen, um Wimpern und Augenbrauen länger, dichter und voluminischer zu machen. Okay. Kann ich mal etwas ganz Kritisches fragen? Ja. Weil, also weißt du, was in den herkömmlichen Produkten drin ist? Ja. Was ist das denn? Also die Basis oder das, was wirkt in den herkömmlichen Produkten, ist ein Hormon, das ist Prostaglandin. Ein Hormon? Ja. Oh. Und zwar ist man eigentlich so draufgekommen, das stammt aus der Medikanvention für grauen Stab. Okay, also Hormone, gut. Das ist ungefähr so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Andererseits denke ich mir, okay, Hormone, da glaube ich auch, nicht mehr. Hormone, die wirken. Diese neun Inhaltsstoffe, die du vorhin genannt hast, die klingen alle irgendwie wunderbar, natürlich und stimmig und so, aber ich frage mich dann immer, wie können die, wie können die dasselbe erreichen wie ein Hormon? Genau. Die Frage ist gut. In dieser kleinen Tube steckt wirklich super viel Wissenschaft und Forschung drin. Okay. Also da gibt es drei Wirkarten, wie das Produkt wirkt mit den Inhaltsstoffen und auch in der Kombination der Inhaltsstoffe. Das eine ist, die Härchen werden länger. Durch die Coleus Foxoli, durch dieses Wurzelöl, wird die Wachstumsphase länger. Das Härchen kann länger wachsen und wird dadurch länger. Das zweite ist, das Härchen wird dicker, weil die Keratinproduktion einerseits angeregt wird. Andererseits, weil mehr Keratin gespeichert wird. Damit wird das Härchen einfach dicker. Die dritte Wirkung ist, die Härchen werden und wirken voluminöser, weil sie geschützt werden vor Umwelteinflüssen wie Superschnackersonne, Kälte, Trockenheit, einfach den ganzen Umweltstressoren, wie man sie nennt. Und dadurch nicht so schnell abbricht und nicht dünner und poröser wirkt. Okay. Das klingt super. Ähm, aber gibt es denn da auch Nebenwirkungen? Gibt's nicht. Nichts? Nein. Keine roten Augen, keine... Keine roten Augen, keine Pigmentstörungen, keine Iris-Verfärbungen. Okay. Brennen, kann jucken. Nichts. Nichts. Nur lange, sexy Wimpern. Richtig. Okay, das klingt ja super. Kann ich das mal öffnen? Mach das. Ähm, weil ich habe nämlich die nächste Frage auch schon wie... Ja. Oh, okay. Das sieht aus wie ein Highlighter. Wie, wenn ich das auch an wie ein Highlighter. Okay. Richtig. Also morgens und oder abends. Einfach wie den ein Highlighter. Also echt so... Am Wimpern kann es im Plan oder eben direkt auf den Augenraum. Okay. Und tust du da also alles in einmal oder holst du dir pro Auge? Ich persönlich bin nicht dafür bekannt, dünn aufzutragen, wenn es um Make-up und Pflegeprodukte geht. Das stimmt. Das heißt, ich persönlich bin ein Fan, ähm, lieber mit etwas mehr Produkt zu arbeiten und dafür auch vielleicht intensivere, schneller Wirkung zu haben. Ähm, also anstatt zu sparen und nicht sicher zu sagen, was passiert. Aber das merkt jeder selbst. Es kommt auf die Länge des Wimpernrandes an, auf die Länge der Stellen. Das kriegst du selbst aus. Okay. Und ähm, wann muss ich das anwenden und wie lange muss ich das anwenden, bis ich was sehe? Ja. Also ideal ist es, morgens und abends aufzutragen, eben auch die Stellen. Ähm, eben auch die Stellen. Ähm, und dann dauert es zwischen, also die meisten Ergebnisse, das sieht man, zwischen vier und sechs Wochen. Mhm. Die ersten Ergebnisse kommen in der Regel nach 14 bis 17 Tagen. Ah, das ist gut, weil ich meine, zwei Wochen kann man gerade noch aufwarten. Genau. Es ist schon so, die konventionellen Wimpernzeeren wirken natürlich viel schneller. Mhm. Also da sieht man oft schon nach ein paar Tagen etwas. Es ist ein natürliches Serum, unser Körper. Es wird ja nicht in die Funktion des Körpers eingegriffen, sondern es wird einfach beeinflusst, äh, wie die Haare wachsen. Ja. Von dem her dauert es auch etwas länger. Wie lange hält es? Bis zu acht Wochen, quasi, wenn man, wenn man die Tube aufgebraucht hat. Das heißt, man muss nicht durchgehen. Okay. Man kann natürlich durchgehen. Aber man kann auch nach einer Tube Pause machen, ein bisschen abwarten und dann wieder beginnt. Okay. Hey, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie das für euch klingt, aber für mich klingt das fantastisch. Und ich glaube, ich brauche das. Ja. Ich glaube, ich muss das anwenden. Ich glaube, ich kaufe das. Ähm, und wende es an und lasse euch in ungefähr zwei Monaten oder so wissen und zuschauen, ob das was geworden ist. Und ähm, wenn ihr das Blumserum auch kaufen wollt, könnt ihr das natürlich bei Biomaze. Und wir wünschen euch ganz viele Lange Wimpern, dicke Brauen und viel Spaß. Genau. Lasst die Wimpern klimpern. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Wir werden ihn auch haben und bis bald. Tschüss. Musik 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 Musik